Flula Borg, bekannt als Flula, ist ein in den Vereinigten Staaten lebender deutscher Web-Videoproduzent, Schauspieler und DJ. Leben und Wirken Der aus Deutschland stammende Künstler lebt im Stadtteil Los Felis in Los Angeles, Kalifornien. Er lernte 15 Jahre lang Posaunespielen. Seit Februar 2007 produziert er in einer Mischung aus DJ, Entertainer, Schauspieler und Einmann-Orchester-Sprach- und Musikparodierende Videos fürs Netz. Mit seinem YouTube-Kanal erreichte er vom 13. Februar 2007 bis zum 31. 31. Dezember 2015 über 740.000 Abonnenten. Der Kanal wurde bis dahin mehr als 80 Millionen Mal aufgerufen. Flula setzt sich im Rahmen seiner Videoserie, Autotunes, mit prominenten oder nicht-prominenten Gästen ins Auto und singt mit diesen improvisierenden Popsongs nach. In von einem Cheerleader-Paar der Dallas Mavericks gesteuerten Auto sang er Z. B. im schrägen Duett mit Dirk Nowitzki den bis zum 31. Dezember 2015 bei YouTube über eine Million Mal aufgerufenen Stonesong Satisfaction. Seit 2008 tritt er auch in Film- und Fernsehproduktionen auf. Größere Bekanntheit erreichte er 2015 durch seine Nebenrolle als Peter Krämer in der Musikkomödie Pitch Perfect 2. Das US-amerikanische Magazin The Hollywood Reporter stufte Borg 2015 als einen der Top 25 Digitalstars ein. Borg lebt seit 2012 überwiegend in den USA. In der DC-Comic-Verfilmung The Suicide Squad übernahm er die Rolle des Javelin.